Nee? Kommst du auch nicht in die Kiste dran? Ich auch nicht. Du musst mich ja daneben stellen. Gut. Hallo. Zusammen. Starboard. Wie? Starboard? Nö. 3D-Shooter, ne? Achso. Ja. Sicher. Terrorist Plant for Bomb. Keine Ahnung. Ich hab das Spiel nie gespielt. Meins. Meins. Danke. Meins. Was ist das? Da kam mir was. Runter. Meins. Egal. Egal. Geht in die andere Richtung. Oh. Guck mal hier. Wie viel Kohle hier gibt's. Ähm. Hier ist ganz viel Lava. Mein Spiel ist abgestühlt. Lava macht Schaden. Dappt. Lava macht Schaden. Lava macht Schaden. Ich muss mal, ne? Ähm. Also, äh. Ich geb dir den Trip. Oh, ich geh da ganz schnell nach oben. Hallo. Hör auf zu brennen während du sterbst. Also, meine Richtung komm ich nicht weit. Ich geh mal auf deine Richtung. Oh, cool, ne Kiste. Warum kommst du da nicht grad? Oh, cool. Ähm. Anziehsachen. Äh. Weil da nur Lava ist. Also, mit Däsche und so kam ich nirgendwo hin, wo was inselartiges aussieht. Gut, ich hätt hier einfach den Weg bauen können, aber... Nee, bitte will ich nicht spielen. Na gut, dann nicht. Na super. Boah. Also, auf der anderen Seite komm ich auch nur Lava rein. Ja, dann, auf nach unten, oder? Äh, hast du mal versucht, durch den Stein zu bauen? Warum? Kann man die Lava vielleicht abbauen? Ja, sicher kann man die abbauen. Was hat das Spiel denn gegen mich? Schon wieder rausgeflogen? Ja. Das ist jetzt uncool. Sonst hab ich doch immer irgendwas umzuneugeln. Waaah. Die Brände zum Beispiel. Ah, ich hab halt nix mehr zum heilen. Ganz schnell. Oh, ich hab fast wirklich nix mehr zum heilen. Ich hab auch alle meine Medi-Packs aufgebraucht. Ich hab auch keine Plant-Fibers mehr und so, also... Ähm, okay. Es ist Lava, ja? Ja. Was ist unter mir schwimmt? Ein Fisch. Ein normaler, bestickter, normaler Fisch. Ja, warum nicht? Cool, Jacket. Oh ja, ich bin so cool. Nee. Oh, ne Kiste. Ah, er will ja nicht, er spielt ja nicht mehr mit mir. Ja. Ich geh lieber was schönes spielen, wie... Don't stuff together? Irgendwas bei Windows vorinstalliertes oder so. Vielleicht schafft man Rechner ja das. Bist du dir sicher, dass ein Rechner so überfordern willst? Nicht wirklich, aber... Also ich bin jetzt nach rechts gegangen. Falls... Du irgendwann mal spielbar bist. Ja, ich bin... Stück nach links gegangen von Spawn und hier ist auch nur Lava unter ihr. Du kannst ja... Du kannst das einfach zubauen. Mach ich zumindest grad, aber weißt du was? Mir geht grad echt... Echt sieht Dreck aus. Das ist doch... Armselig. Aber weißt du was? Stein. Ist ja nicht sowas, wenn man Dreck auf Lava legt, das... Äh... Es hält. Es schmilzt auf keinen Fall. Sehr viele aggressive Gegner auf jeden Fall. Also immun gegen Lava sind wir mit den Anfügen nicht, ne? Nein! 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 Also gar nicht! So viele Brandschaden, wie ich schon erlitten hab? Nein! Erstmal den Planeten umrunden. Dann bauen wir komplett alle Lava ab, ne? Ja, das wird schwierig. Ja, ich habe ja auf PC vorgehabt, wir bauen ja einmal komplett alle Planeten ab. Okay, jetzt bin ich tot. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Sieht einer noch meinen HP-Balken? Siehst du ihn? Ja, irgendwo im Keller, ne? Was macht er da? Jetzt kann man hier wegen so... Wow, ich kann eine ganze Bandage bauen. Ach, du hast dich nach unten gebuddelt. Schon was gefunden? Ja, mein Desktop. Oh. Guck, ich kann Lava abbauen. Was ist denn? Dann bauen wir halt komplett alle Lava ab. Irgendwie macht das so nicht wirklich Spaß. Ich verstehe dich schon. Was mir auch auffällt, ich sehe keine Ärzte. Und ich glaube nicht, dass wir die ganze Lava abbauen müssen dafür. Also, ich habe einmal die ganzen Planeten abgebaut, ne? Ja. Du hast keine Einladung gekriegt, ne? Nein. Gut, ich bin wohl im Singleplayer. Und wie ist es so im Singleplayer? Ziemlich Single. Ey, ich habe eine Waffe gefunden, die ist schon wieder besser als die, die ich hergebaut habe. Ja, das ist doch schick. Jetzt habe ich eine Einladung. Ich habe doch eine Einladung gekriegt, die war nur unter den Rest. Boah. Ey. Ich kenne eigentlich dafür, dass das Crafty-Menü größer ist als das andere. Und sonst so? Ja, ich habe dann jetzt halt 10 Sekunden, bis das Spiel wieder abschmiert, ne? Ah, das ist cool. Freut mich, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich immer wieder über Besuch. Und das Spiel ist abgeschnitten. Ach, Mann. Hast du jetzt alle drei Versionen mal ausprobiert, zu starten? Ja, das auch. Mehrmals inzwischen bereits, aber... Irgendwie... Markerlich, ne? Bestätigt das gerade die Theorie, dass Zeit ist für neuen CPU-Kühler? Ich weiß nicht mal, ob das vielleicht überhaupt ein Rechner ist. Weil das Spiel läuft ja auch allgemein sehr instabil, ne? Ja, aber letztes Mal lief es ja auch stundenlang, also... Oh, wir haben Nanowarp-Bandagen gekriegt. Ja, gu- Keine Ahnung. Stimmt auch wieder. Ja. Medical Spring. Was? Medical Spring. Ich hab' noch grad geguckt. Hm. Wo wir wohl Salarium herkriegen? Vielleicht nicht unbedingt aus der Lava. Ja. Anscheinend nicht, ne? Und was Neues haben wir ja auch nicht, ne? Also Heat-Protectant hab' ich an. Was gibt's sonst so einen heißen Planeten? Zwei warme Planeten? Äh... Ich hör mal, ich guck mal, was auf der Karte so... Was da so rumdüstert. Ich finde ja den Kurs, den wir eingeschlagen haben, sehr interessant. An... Incense Rake... Was ist das? Moderate. Okay, den braucht man schon gar nicht aussuchen. Fiery Star. Das sind wir ja momentan. Frozen. Gentle. Radiactive. Waren wir schon. Ja, sonst hab' ich nur immer die gleichen Sterne bis jetzt. Vom... Typen-Bezeichnung her. Hm. Ich kann einfach mal gucken, ob ich vielleicht einen anderen Planeten finde. Äh... Kometen... Äh... Da schlagen überall Kometen ein. Gebt mal da hin. Ich tank schon mal nach. Fuel. Ihr habt Nano-Bandagen. Was sagt denn so das... Forum dazu? Das Forum sagt... Die sind kacke. Hm. Äh... Let's talk. Commands. Upgrade. The Lion Stars. Aber wo kriegen wir die her? Okay, jetzt hab' ich einen anderen Planeten, der besteht auch sogar aus Wasser. Teilweise. Da hab' ein bisschen Wasser drauf, sagst du. Okay. Äh, wenn ich das Abbau krieg', Öl. Oh, ich hab' den Hintergrund abgebaut. Sehr windig. Ich versuch' nochmal das Spiel zu starten. Jaja, das klingt nach nem guten Plan. Und zwar aus dem Trio, dass du zweites Ball das... Uno. Du das alleine ist? Ne, 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 Uno. Das Trio Uno. Let's play together alone. Wenn nicht das erste Mal. Hehehe. Noch läuft's. Vielleicht war es der Planeten, den du den Rechner nicht mochte. Ich hoff's mal. Also jetzt krieg' ich hier grad noch dieses Lila in der Erde momentan. Oder hätten wir... Ich hab' ne Idee. Hätten wir vielleicht nach ganz unten gemusst bei den anderen Planeten? Bei dem Laval-Planeten meinst du? Nein, nein, bei den Planeten, wo wir zuvor waren. Vielleicht waren es wieder diese Chorkristalle. Wie neun. Hm. Oder einen Dreidrehprinter, können wir uns selber erstellen. Gegen Pixel, die ich nicht mehr abnehme. Ja, genau, weil du spiel' jetzt kackendreißig essen, jetzt die Pixel. Egal, was da drin ist, ist alles meins. Ja, viel Spaß damit. Ich hab' ein Pferdchen. Also ein... Springer. Äh, was brauchen wir? Äh, Erz. Ne, wie heißt das? Ringstern. Star. Was ist ein Solarium nochmal? Das ist das. Eins hab' ich davon. Genau eins. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht. Das stand unten auf einmal in der Leiste. Ich guck mal eben im... Ja, ne, ich mein' als Erz oder so. Ne, ja, so'n kleiner Stern ist was quasi. Ja, ja, richtig, aber ne, als Erz hier. Das weiß ich. Da vorne ist er fast da. Siehst du mein Laser da? Ja, ja, das Gelbe. Weil davon brauchst du 10 Stück plus 10 Diamanten, dann kannst du deine Ohre upgraden. Also braucht man 20 von denen. Mindestens ohne die Rüstung. Aber wie viele Diamanten hier sind, ohne dass wir die jemals gebraucht haben, ne? Ja, ich glaub ich hab inzwischen auch über 60 Stück da im... Oh, komm mal da. Oh. Was? Ich dachte, die sind selten. Aber ich hab nichts im Gegend. Gib mehr, gib mehr. Alles meins, alles unsers. Es lohnt sich ja schon fast. Es lohnt sich ja schon fast. Alles... Oh. Oh, noch mehr. Alles unsers. Kann man bald ja schon wieder hochgehen, den Bauch upgraden. Damit wir schneller wieder Ressourcen kriegen. Ja. Damit wir schneller mehr Farben können, ne? Ja. Ich glaub, war es Power oder war es Sides wieder? Ich hoffe mal Power. Sides noch größer. 4x4. Oh, es gibt Ranken in den Dingen. Vergesst nicht die Ranken abzubauen, die brauchst du dringend. Ja. Ich hab's grad gemacht. Die fallen grad in Zeitlupe auf mich hinab. Hm. Sehr erotisch, ne? Wenn die so runterfallen. Erstaunlich, was du so erotisch findest, aber okay. Vielleicht ist es ja auch ironisch gewesen, das erotisch. Ja, da bin ich mir bei dir nicht so sicher. Achso. Okay. Kann man nie so entscheiden, meinst du? Ja, bei dir. Ne? Ja, ja. Ich kenn's das ja, ne? Boah, wie viel ist denn hier von dem Zeug? Weißt du, wir beschweren uns. Äh, es gibt nirgends so was. Äh, es ist zu wenig. Äh, so viel von dem Zeug. Ja, ist doch so. Im Sommer beschweren sich da auch. Also entweder ist es zu kalt oder zu warm oder zu trocken oder es regnet zu viel. Oder die Sonne scheint zu hell oder die Sonne scheint zu wenig. Oder beides. Ja. Boah, die Sonne ist heute so hell und doch nicht hell genug. Ja, du hast aber recht, das ist extrem viel von dem Zeug. Ja, aber das musst du erst nicht auf den Planeten kommen, damit du was findest, ne? Äh, nein. Ich hab ja gar nicht so weit nach unten gebuddelt gehabt. Außer ne Rechner stützt er gleich wieder ab. Weh, jetzt stützt er nicht ab? Was ist los? Ja, vielleicht kriegen wir ja schon die Rüstung hin, wenn wir so viele von den Zeug nicht weiß. Man muss ja irgendwas umwandeln. Wir brauchen noch irgendwas anderes. Ich glaub irgendwelche Oranium oder so vielleicht wieder. Ja. Ach ne, da hab ich nicht so viel von. Ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ich hab jetzt geschätzt. Weil hier unten kriegen wir auch noch was. Ja, hoff mich das, äh, Biolium. Ach ne, Biolium ist das. Ich seh grad schon. Ja. Joaaah. Ja. 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 Ich hab'n Klo gefunden, ich hab'n Klo gefunden! Ich bin tot, ich bin tot. Was, warum? Du wolltest das Klo haben? Nee, das wusste ich nicht, aber ich wollte gucken, ob der Kist... Upgrade! Weißt du, was das ist? Was denn? Ach nee. Ach ja, und danach gibt's keinen Upgrade mehr. 4x4 Fehler. Super! Solarium Stars hab' ich hergestellt. Ach ja, das kommt drauf an, was du herstellen möchtest. Da brauchst du dieses Erz. Wenn du jetzt zum Beispiel die grünen Steine haben willst, brauchst du das grüne Erz. Wenn du die roten Steine großen haben willst, brauchst du das rote haben. Bla, bla, bla. Hä? Um die blauen Steine zu herzustellen, brauchst du die roten. Okay. Ich frag' nicht. Ich brauch' die Lina nen. Ich brauch' die Lina. Ja. 2-Cane heißt meine jetzt. Ich muss gleich mal kurz weg bin, äh, der folgen Pause, ne? Ist eigentlich schon wieder soweit, eigentlich, äh. Na dann. Ja, ich will aber craften. Ah, da ist er ja auch. Ah, wow. Ja, 16 Stück nur ich, ja. Ah, 4 kostet zum Beispiel die Hose. Der Helm kostet 6, er ist 10. Ich weiß wie viele mir fehlen. Wie viele? Vier. Vier. Warte mal, vielleicht hab' ich... Kann ich da noch was einschmelzen? Nein. Da. Barlium. Ähm, muss ich irgendwas neues bauen? Ach, da. Ah, ich glaub' ich kann die ganze Rüstung ja schon. So, 2-Cane Beine, 2-Cane Helm und die Brust. Ich kann zwar keine Waffe herstellen, aber ich hab' ne komplette epische Rüstung. Und die sieht komplett kacke aus. Ich hab' zu wenig von dem roten Zeug, verdammt. Von dem roten Zeug. Gib mir mehr von dem roten Zeug. Ich bin ein 2-Cane. Oh mein Gott, wie sieht denn... Ich konnte mir jetzt nur den Helm leisten, aber... Äh... Sieht da so gut aus? Ja, möchtest du ihn vielleicht noch zeigen? Ja, hab' ich vor. Ich, äh... Ich bin ein 2-Cane. 2-Cane. Ich bin ein 2-Cane. Was sagst du zu meinem Mut? Ich mag deine Rüstung. Was passiert eigentlich, wenn du mir jetzt deine Rüstung gibst? Geh mal kurz den Helm her. Ich glaub' das war ja damals so, dass du, wenn du mir die Sachen gibst, dass ich die dann anziehe, dass die genauso aussehen. Ich bin ein hässlicher 2-Cane. Ach, das ist ein 2-Cane, okay? Hä? Äh... Äh... Ach, du willst einen Helm haben, den ich aufhabe? Äh, ich dachte, das ist deine Rüstung, deine neue. Ne, ne, das war ja noch die alte. Das war die von gerade. Ich bin ein 2-Cane. Ich bin ein 2-Cane. Jo, äh... Also. Ich bin ein 2-Cane. Dann können wir jetzt auch diese richtig ge... Zwei-Hand-Waffe. 970 DPS. Äh... Wie viel? 970. Alles klar. Ähm... Ah... Aber nächste Folge, ne? Ja. Wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.